Stage... 6... 6... 6 anfängt... Ach, Alter... Ich muss gleich wissen, wie lange ich mal trainieren muss, um dieses Spiel gut zu können. Der hat ja auch nicht einmaler bestimmt. Das letzte Mal schon. Ach, Penis... Ach, das gibt's doch nicht! Ich muss hier mit... Halbwegs fast... Halbwegs fast von Energie durchkommt. Alter... Luli... Nein, 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 nein... Alter... Martin... Puh... Perf... Tod... Verdammte Fledermäuse! Puh... ... ... Ich hab' die Keule gekriegt, ich hab' aber gar nichts verloren, Alter, wo bin ich schon wieder leer? Ich weiß nicht, vielleicht sollte man die Uhr nehmen, wegen dem Schutzschild, ich weiß es nicht. Ja, wundervoll, danke. Vier Herzen. Wenig zusammengeschrumpft. Ähm. Ey. Fledermäuse. Fledermäuse. Meine Hände schwitzen sowas von... Oh! Da dreh' ich mich noch in den Totenkopf rein! Alter! Okay, bitte jetzt keine Scheiße bei den Fuckheads machen. Oh! Natürlich nicht der Scheiße! Oh, nein! Ich hab' keinen Wenn! Oh ja, sagt einer! Ja. picked riefer. Mein Vater, Maglisten,ney fifty vor 너무 Nomine! Ah! T бог, meinen Transfer hat und f recogniz protocol. Nein! Ey! Ruhe! Einfach nur Ruhe! Ey, nee! Sorry, muss ich jetzt. Geht nicht anders. Ey! Alter, meine Hände schwitzen sowas von. Ich hab das schon immer bei Dracula's Curse gehast. Mit diesen verfluchten, verbumsten... ...bummsten! So, jetzt wäre noch eine einzige... ...Stelle zu schaffen! Das gibt's doch gar nicht! Das ist doch ein Scherz jetzt! Das muss doch echt ein Scherz sein! Ja, ich bin der... Ja, ich bin der... 4 4 6 6 6 7 7 8 8 Oder sowas. Wo die herkamen, möchte ich mal wissen. Ja, das tut mir hier auch richtig leid, dass ich es hier nicht besser geschissen kriege. Ja, das tut mir leid, dass ich es hier nicht besser geschissen kriege. So, zwei Leben haben wir. Ich will, glaube ich, jetzt langsam mal eine rauchen. Ja, ich gebe eine rauchen. Und dann machen wir weiter jetzt. Bis gleich. So, bin wieder da. Ja, versuchen wir einfach mal. Da ist, da ist das Mädchen. Ja, weg du lieb. Ich werde ja dadurch was abgezogen, wenn ich die Augen greffe. Das ist das. Alter! Ah, verschwindet! Die hätten mich doch bestimmt wieder getroffen. Alter! Uh! Ja. Kein extra Leben hätte mal ruhig eintreffen können. Obwohl, das ist eigentlich scheißegal. Das nächste, was ich mache, ist sowieso ein Let's Try. Ähm... Ja, gut. Das war's dann mit Stage... Äh... Six. Ähm... Wir machen... Gucken, was das nächste Level ist. Äh... Dann machen wir mal... Ja, ein Save-State und dann geht's nächstes Mal weiter. Alter! Ey, mit meinen, äh... Händen, da könntest... Äh... Ich weiß es nicht. Das ist also... Mit fließen Wasserfälle hier die Hände runter. Ach... Gut. Gucken wir mal weiter. Und... Ja... Ich seh nicht mal Punkte. Lustig. Ähm... Ich nehm mal an... Also, ich mach mal ein State. Das ist irgendwie das oberste vom oberen. Könnte sein, dass wir hier jetzt auf... Den Meister aller scharfen Zähne treffen. Das werden wir nächstes Mal betrachten. Ich werde aber nochmal, ähm... Ja, einen kleinen Let's Try machen. Ja, den packen wir gleich hinten ran, weil... Mehr an meinem Hirn kaputt machen, als jetzt schon kaputt ist. Kann man sowieso nicht mehr. Also, bis dann. Äh, bis gleich. Ciao.